Erwartungswert, Varianz, Standardabweichung geklärt. Nicht wie in dem Beispiel für Binomialverteilung, wo es ja relativ einfach ist, diese Werte zu brechen, sondern für so einen typischen Zusammenhang mit einer Zufallsvariable. Das haben wir in einem anderen Video geklärt. Die Zufallsvariable x mit mehreren Werten, die möglich sind. Ich habe in meinem Beispiel jetzt gewählt, ich bekomme 10 Euro oder ich muss 5 Euro zahlen und die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten p von x gleich x i. Entsprechend, ich bekomme 10 Euro in 25% aller Fälle, weil ich ein Glücksrad habe und die 1, ein Viertel, also 25% der Fläche vom Kreis belegt. Minus 5 Euro muss ich zahlen in 75% aller Fälle, weil die 2, 3 Viertel oder 75% vom Kreis belegt. Das Ganze drumherum mit faire Spiel etc. wie gesagt in einem anderen Video erklärt. Jetzt geht es ja nur darum, und es ist auch egal wie lang die Tabelle ist, wie ihr gleich sehen werdet, die Formeln für den Erwartungswert, die Varianz oder entsprechend dann der Standardabweichung gut zu verstehen und einfach in die Rechnung umzumünzen. Die Notiz könnt ihr euch schon machen, den Erwartungswert müsst ihr auf jeden Fall berechnen, um überhaupt an die Standardabweichung zu kommen. Die Varianz muss man nicht immer unbedingt ausrechnen, hier jetzt aber Komplettbeispiel mit allen Werten. µ, dieses verunglückte u, gleich der Erwartungswert e von x, er rechnet sich aus 0,25 mal 10, man erkennt ein Schema, 0,25 mal 10 plus 0,75 mal minus 5, 0,75 mal minus 5. Aus dieser komischen Formel rausinterpretiert, e von x ist gleich, dieses Zeichen heißt nichts anderes als Summe, deshalb ein Plus, i gleich 1 ist der erste x-i-Wert bis zum letzten, wir haben hier in dem Beispiel nur 2, es könnten ja auch mehr sein, stellt euch vor, hier wären mehr Zahlen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, immer x-i mal p von x gleich x-i, also ihr summiert auf, plus immer die Multiplikation, das Produkt aus dem jeweiligen x-Wert, in dem Fall hier 10 mal der Wahrscheinlichkeit dafür, mal 0,25. Warum ist völlig egal, in dem Beispiel jetzt wie gesagt 0,25 mal 10 plus, weil wir aufsummieren müssen, dann 0,75 mal minus 5 oder andersrum, entsprechend multipliziert, stellt euch die Tabelle länger vor, ist immer das gleiche Prinzip, es käme Plus weiter und dann das mal das, Plus das mal das oder wenn ihr die Tabelle runtergeschrieben habt, nach links weg multipliziert. Relativ einfach, ihr bekommt den Erwartungswert raus, ist in diesem Falle minus 1,25, warum brauchen wir ihn? Für die Varianz erstmal, die ja in der Formel relativ konfus aussieht, wenn man sie sich näher betrachtet, eigentlich auch relativ einfach ist, immer wieder 0,25 mal 0,75 mal, das sind ja nichts anderes als die Wahrscheinlichkeiten, multipliziert, schaut euch die Struktur jeweils an, irgendwie immer hoch 2, irgendwie taucht immer der Erwartungswert auf, irgendwie immer ein Minus und vorne entsprechend der x-Wert. So ist die Formel auch zu interpretieren, wir haben wieder eine Aufsummierung, hier das Plus von dem ersten bis zum letzten Wert, wie lang die Tabelle auch immer sein mag, wir multiplizieren immer mit der Wahrscheinlichkeit, müssen was quadrieren? Dann immer den x-Wert minus den Erwartungswert µ. Also nochmal die Notiz, ihr braucht den Erwartungswert, weil ihr ihn in die Formel für die Varianz einsetzen müsst und entsprechend relativ einfach, Wahrscheinlichkeit multipliziert nicht jetzt wie beim Erwartungswert nur mit dem x-Wert, sondern x-Wert minus dem Erwartungswert komplett in Klammern hoch 2. Gibt es in den Taschenrechner ein, es kann eigentlich nichts passieren, hier würde 42,1875 rauskommen. Die Standardabweichung ist dann relativ einfach ausgerechnet, Standardabweichung, Manche schreiben eine verunglückte 6, manche halten es für ein O, schaut mal nach, zeichnet es ein bisschen ab, ist auf jeden Fall gleich die Wurzel aus der errechneten Varianz, in dem Fall ungefähr 6,5. Formel habe ich erklärt, Sigma heißt das ganze Teil, Sigma, die Standardabweichung ist gleich die Wurzel aus der Varianz, ihr hättet auch direkt Sigma schreiben können und dann hier eine Komplettwurzel drüber machen können, entscheidet selber im Endeffekt relativ leicht, erst den Erwartungswert, mit dem Erwartungswert kann ich Varianz ausrechnen, die Wurzel aus der Varianz ergibt immer die Standardabweichung.